Hey, willkommen zurück zum Metro 2033. Wir waren jetzt nah an D6, sagt Artyom. Und das glaube ich ihm jetzt auch mal. Bald würden wir die Antwort wissen. Wir sind jetzt zuletzt in eine U-Bahn eingestiegen. Eine funktionierende U-Bahn, muss man dazu sagen. Wie sie jetzt hier sieht noch sehr gut erhalten aus, was Ding. Gasmasken, schnell! Oh. Klar. Artyom, nimm meinen Ersatzfilter. Oh, das ist doch nett von dir. Danke, Khan. Ja, ich habe ein schickes neues MG bekommen. Seht ihr hier so am Rande des Bildschirms. So, aber erstmal die Munition checken. Die ist leer. Ich hätte das ganze Spiel aber nicht die ganze... Okay, sind wir wohl angekommen. Angekommen. Ich hätte nicht das ganze Spiel aber die Luftgewehrmunition verkaufen sollen. Das ist jetzt rückblickend ein Fehler gewesen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ist ja cool. Ah, die stehen aber auch so doof, man kommt nicht an ihnen vorbei. Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst sowjetische Militärgebäude zu viel. Passt also gut ab. Besonders du, Artyom. Sag mal, bin ich ein Kind oder was? Hm, sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ullmann Wladimir bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Okay. Jawohl, Herr Offizier. Oh. Jawohl, Herr Offizier. So, dann geh mal vor, Miller. Ich folge dir auf dem Füße. Oh, ich weiß genau. Es kommen bald wieder Mutanten. Oh, schau mal an hier. Neonfarbenes Kimme und Korn Aufsatzdings etwas. Hm, da war doch was. Nein. Okay, wo geht's lang? In den Zug? Ja, geh mal rein. Ich schau mal ein bisschen weiter. Na ja. Da blinkt doch was. Ach, das ist Strom, oder? Schon gut animiert, muss man sagen. Ja, geh schon mal vor. Ich möchte hier noch kurz schauen. Ich hab da hier was gesehen, oder? Da ist auch was. Moon-mäßiges. Nein, nein. Ha. Vielleicht weiter hinten. Wie denn? Aua. Der Strom tut weh. Wenn es in Europa ein Luftwilter-System für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust erlaubt. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Redest du grad mit mir, oder mit dir selbst? Waa, aua. Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, verdammt. Ich sollte mal dranbleiben, und nicht immer irgendwie irgendwo anders hinrennen. Aber du könntest doch ruhig mal auf mich warten, Miller. Das ist unhöflich. Na egal, ich will... Ah, schau mal an. Was ist das denn? Noch mal so ein MG. Wow, das gibt's ja gar nicht. Schaut mal, wie viel Militärmunition ich schon habe. 242 Schuss. Komm ich denn noch mal an eine Station, weil dann kann ich mir richtig gut einkaufen gehen. Ja, ich kann mir schon... Okay, da geht's nicht weiter. Da muss ich verloch. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Wo bist du denn? Hallo? Hallo? Wo ist er denn jetzt? Ah, ich sollte wirklich besser aufpassen. Miller, hallo. Bist du da, Miller? Bist du hier lang gelaufen? Nein? Okay. Ah, es ist aber auch so groß hier. Ah, okay, da sind die anderen. Oh. Das quietscht aber ganz schön verunruhigend. Bin ich da jetzt? Scheiße, wir haben kein Licht mehr. Da ist er ja. Oh, schau. Ist je mal einer an? Noch mehr Millitär? Das gibt's ja gar nicht. Oh, komm. Wenn sie schon rumliegt. Ja, und jetzt? Oh, kann ich am Kontrollpult rumspielen? Nein. Ah ja. Ja, ich geh da mal weiter. Er sagte, ja, ich soll das untersuchen. Ach ja. Da müssten vier Starter-Motoren sein. Such sie. Ah, sind es. Ah, okay. Um David anfangen zu können, musst du erst alle Abdeckungen öffnen. Ja, ja. Bin schon dabei. Ach, das ist die vier. Drei. Zwei. Und eins. Ah. Okay. So weit. Drück die Knöpfe auf mein Zeichen. Dritter Knopf. Okay. Drei, drei, drei. Zack. Und jetzt? Ja. Ah, ich muss gedrückt halten. Entschuldigung. Zweiter Knopf. Zweiter Knopf machen wir doch. Zweiter Knopf. Oh, dann nochmal. Erster Knopf. Erster Knopf. Zweiter Rallye. Hä? Erster Knopf. Ja, gut, dass das nicht kompliziert ist, oder so. Vierter Knopf. Dritter Knopf. Gib's zu, die Reihenfolge hast du dir ausgedacht, oder? Ja. Vierter Knopf. Fast da. Ja, ja. Zweiter Knopf. Jo, ganz rüber. Ja, komm schon. Drück. Drück. Ja, ich bin so gut. Ich könnte meinen Ingenieur machen. Alles klar. Jetzt ruckelt es hier aber ganz schön rum, du. Wahoo. Und Ingenieur, habe ich schon gesagt, da ich gerade die Anlage repariert habe. Keine Chance. Nochmal versuchen. Hoffnungslos. Scheiße. Sieh mal, wie das... Du bist auch gut im Reparieren, oder? Oh, da geht's ja ganz schön runter hier. Oberst, was ist los? Wir sind fast runtergefallen. Was macht ihr denn da? Alles gut. Artyom, wir rücken ab. Genug mit der Ausrüstung gespielt. Och. Hat doch gerade so viel Spaß gemacht. So, wo geht's lang? Oberst. Oberst Miller. Was ist das denn hier? Ach. Ach so. Die warten jetzt auf mich. Gut. Ich drängel mich mal vor. Hahaha. So. Und jetzt? Fahren wir weiter runter, oder? Teilen wir uns wieder auf. Wie immer. Na. Dräng mich halt aus dem Weg. Ja, ich komm dann mal. Okay. Los. Los. Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg gehen. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Du, das denke ich eigentlich schon die ganze Zeit. Aber gut, dass es dir auffällt. Dann, nur wenn ich Relationspoint. Und jetzt? Gut. brilliant. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.